ja Leute, alle Leute, kommen wir hier zu, here is of the storm! Und endlich ist der Loading Stream mal fertig. Und ich glaub, Unterlädt immer noch. Die Schlacht beginnt bald. Er war einfach gerade 10 Minuten gefühlt. Hier man ewig in Loading Stream. Und ich fragte, ich sag immer noch, dass Uta immer noch lädt. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Prozent vielleicht natürlich und es gibt ein letztes Leben damit vor wie ein Tor das ich auch so heiße ach echt aber ich geh mal hoch er versteckt ich geh jetzt so und zu lassen nicht zuvor zwei Stück Mitte Ja, kannst du da bleiben, oder? Oder wirst du, dass ich hochgehe und du unten? Wäre vielleicht geschickter, oder? Mein du untergegst nicht. Ich verstecke jetzt erstmal kurz zu oben. Für bei mir ist ETC. Und kält das. Ja eben. Es war doch klar, dass wir dir zwei sind. Deswegen habe ich gesagt, versteck dich irgendwo hin. Leben. Aber die oben scheinen sich nicht anders aufteilen zu wollen, dann kommt doch wieder ich runter. Immer nur Kälters, oh mein Gott. Oh, scheiß was ich will. Ey, ich hasse Kälters. Mehr nicht. Oh mein Gott. Betäubt, alter. Kann mir mal irgendjemand Kälters vom Hals schaffen? Okay, das ist der Wichser, ey. Okay, das ist einfach der Wichser schlechthin, alter. Ist einfach so. Ach, das Stück. Was genau hatte der vor? Unsere Turmboxen? Hat nicht so geklappt. Oh, Kälters back. So, jetzt fangen meine Angriffe an, mich zu heilen, endlich. Gib mal meine neuen ab. Oh, jetzt denkt sich Kälters auch gerade. Oh, der tut mir weh. auch mal alleine. Hey, hey, hey. Lauf. Mahle dich mal. 存 conc was jetzt sonst drei oder vier Leute weil sie uns helfen wollen was sie sich mögen voll lecker wahrscheinlich auch weil ich zwölf Dinger hab ja wow, das ist sehr viel ja, zwölf ist viel vor allem am Anfang oh was will der Omen? dumm 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 immer wieder eine Granate werfen das freut die immer eine Betäubung rausfahren was zur Hölle tut er ei 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 bam ah ich hab ihn in den Tower geboxt, geil ja mit Zorn betopzt, nice ah lecker alter der Baummann ist hier ah man ich würd jetzt dann langsam gern mal abgeben das ist genug ich werde euch verraten aber wir werden belohnt und ich konnte noch nicht mal abgeben ah es wird wir sind einfach schon nach der dritten Levelstufe oh the fuck ah come on, lass mich doch in Ruhe, du Mongo no, ich bin noch nie Kanate zum Abschied mit dem Hammer und zieh mich zurück weil ich kein Mahne mehr hab und das ist schwul das ist echt schwul und kälter ist es tot das ist gut das ist gut ab ist schön ja ja jawoll jawoll wo lecker alter alles kapat bitte bitte, danke bitte ja das ging alter das ging bei dir grad ja er hat nach nem Zauberwort gefragt was aus aus auf ach von hinten richtig uncool von hinten lauf weg geht nicht oh mein Glück Dankeschön Oh no das ist uncool wo ist was ich habe es nicht mehr geschafft dahin zu laufen Hab dahin geklickt. Fuck Keltas, you mother fucker. Das ist mega normaler fucker, ey. Jetzt mach den scheiß ETC endlich weg. Ja, mach nicht sterben, der liebste ja. Ja doch, mit Illy im Double. Aber don't do it with Keltas, Keltas macht euch im Double. Oh, jetzt bin ich Verstärkung. Ja, aber wenn Keltas da ist, dann muss ich nichts mit Verstärkung. Alter, ist da abgelehnt, ey. ETC! Ich weiß noch mein Ulti. Die Ulti-Kriege sind eröffnet. Das ist einfach so. Naja, unser Ulti-Kriege ist eröffnet. Und es hat auch geholfen einfach. Oh mein Gott. Das ist ein Mega-Wave. Mega-Kriege! Nein! Das ging schnell. Das heißt, das sind die gescheiß Spinnen, Alter. Wir haben grad einen Mega-Kriege. Mach weg die Scheiße. Oh, Keltas kommt. Oh, die leben alle wieder. Ja, das ist klar. Das ist am Anfang des Spiels. Das wirst du machen. Probiert mal einfach weiter. Wie ist das so? Ja, okay, das down. So, jetzt noch ein Healer. Und der ist los. Healer down. Aua, jetzt versier ich hart. Wow! Ich auch. Ich auch. Ja, wieder voll. In der Haus. Oh, he, he, he. Oh, lecker. Oh Mann, Illy ist der doof. So doof ist er nicht? Doch, wenn wir nicht da gewesen wären, als gut gewesen. Ja, okay. Okay, jetzt halten wir abhauen. Jetzt halten wir abhauen. Jetzt halten wir abhauen langsam. Hauen wir ab. Ja, ich hab einen hinterher. Ja, mach das. Versuch mal aufs Platz zu kommen. Ah, Keltas, ich hab ihn abgehängt. Gib auch mal ab. Oh boy, nicht mehr. Zieh mich mal zurück. Verdammt sind wir gut. Verdammt sind wir gut. Äh, oben. Geht hin, meine Metzlieber. Metzelt ihre Feinde nieder. Jo, das nenne ich Party. Ausgezeichnet. Chaos. So, Chaos, Alter. Ich hab halt nicht immer Chaos, Bro. Oh. Oh. Aber es bringt ihn halt nichts, wenn keine Verbündeten von ihm da sind. Nee, gar nicht. Außer, dass er jetzt tot ist. Oh. Mein. Gott. Ey, das weiß. Ist das schon ein Wave, Alter? Nee. Mit einsteigen. Ich würd auch sagen, dass wir auch noch halt warten, Alter. Mega. Da kann er uns als zweiter Mega killen. Das hört dich auf. Ja. Ja. Tätet mich. Ely, dann lauf weg. Doppelkill. Ich soll das alle weg an. Ach du Scheiße. ich kann da nicht raus die türe ist zu naja einmal gestorben überlebt man auch weiter tot auf der wandseite hat ich habe schon wieder den größten helden schaden und den größten ep beitrag gibt es dann wieder 25 münziges ab der kommt doch mit 31 an ich muss den boss machen ja lass die mal ihre kleinen was sein holen ihre rutzigen auf der hölle tut illy da als tank spieler ja das ist der typ der wenigsten leifert als tank spieler das ist erkannt wenn er jetzt den fehler oh das ist gut das war nice ich muss mich zurück aber unser boss der rait jetzt da schon ein bisschen rein keine sorge hoffe ich er schafft einfach fast nichts aber wir haben verhindert dass sie den boss bekommen ja wenn es so zu erwarten war warum hast du da nichts gesagt ja war doch klar dass die jetzt kommen ja aber selber am kämpfen dauert sterben aber wir sind nur noch ein der wir vorne alter jetzt geht es los was wir letzte runde gemacht haben da geht es um Was geht denn mit der Betäubung in der Zeit? Oh mein Gott. Was geht denn ab, ey? Die müssen gerade alle Ulti-Power. Oh f**k. Wir müssen jetzt halt einfach noch einmal, bis ich schon Rackrape. Das müssen wir aber als Team machen. Wir müssen unendlich lebendig sein. Das hat geholfen, dass ich nicht weggerannt bin. Ich kann noch mal reingehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm wieder nicht zu dem scheiß Budden! Es ist so assi. Der Ulti ist so assi und der hat zurück nach dem überlebt. Jetzt haben wir viermal verloren die drei. Hat sicher rendiert. Für den hinteren. Natürlich. Jetzt mach den fertig. Ganz sicher. Schaffst du nicht, glaub ich. Aber wenn du ihn jetzt ranst, könntest du's schaffen. Okay. Ich hab ja gesagt, schaffst du nicht. Hä? Ja. Nieder an Störungen. Hier fehlt nur noch ein Ding, ne? Sogar haben die Dings hier. Ja. Ah, come on. Yo, alter, alter. Tod. Komm ich nicht mehr bewegen die ganze Zeit. So und Illy, da bekommt jetzt erstmal eine Chat-Sperre. Auf wem stürze ich mich als Nesse? Der Gegner hat ein Vorzerstück. Shit, ja. Ja, das haben wir jetzt verloren. Wir brauchen jetzt den Boss. Und wir müssen mit dem Boss passen. Sonst haben wir keine Chance. Aber die wollen sich jetzt passen. Dreh einmal zu passen. Dreh einmal zu passen. Dann besucht er wenn ich ihn wieder töte? Oh ne. Was? Wenig schaffen. ich habe ewig wartet so wie sie vorhin bei uns wenn man mit dem boss kämpft ist ein paar immer lowlife rein springen töten jetzt haben wir echt verkackt ich bin dauerbetäubt ich kann nichts tun gar nichts alter macht's ja auch was da oh mein Gott und weiter was der was der Hekt und gar noch mit vollem Leben dahin auf einmal war ich tot Nicht alle entkommen in meiner Grabkammer. Abgestiegen, erste Mal, oh man, so Pech, und die hatten Lack, ne, die haben besser gespielt. Viel besser gespielt. Wie wir letzte Runde. Aber trotzdem haben wir verloren, also haben wir nicht gut genug gespielt. Ah ja, das war. Leider, leider, leider. Ja, ich sagen, wir sind jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Newsmustorm oder auch von Newsmustorm. Bis zum nächsten Mal. Ja.